Hallo, mein Name ist Stefan Peter von der Firma Thomosektronik aus Hamburg. Wir sind Fachhändler in Hamburg und sind natürlich auch online tätig. Der eine oder andere kennt uns auch schon. Heute möchte ich Euch ein gutes Produkt vorstellen von der Firma Panasonic. Hier ist ein Camcorder, der heißt HC VX989. Ich packe das Modell einfach mal aus, damit Ihr da ein ganzes Bild von bekommt. Ja, hier ist das gute Stück. Was sah denn die Kamera aus? Das ist diese Panasonic HC VX989. Die Kamera ist ausgestattet mit einem Leichtobjektiv, also sehr hochwertige Optik. Ihr könnt damit 4K Aufnahmen machen mit 25p, also 25 Bilder pro Sekunde. Aber natürlich auch Full HD Aufnahmen. AVCHD Standard zum Beispiel 1920x108050p, also 15 Bilder pro Sekunde. Das Ganze ist dann halt eben im AVCHD Modus, also sprich Full HD getimt. Ihr habt die Möglichkeit mit HDR aufzuzeichnen. Da werden zwei Videos mit unterschiedlichen Belichtungen aufgenommen. Und diese werden dann zu einem Bild zusammengefügt, sodass Ihr wirklich einen schönen Mittelwert erreicht. Und habt dadurch astreine, wirklich klare Aufnahmen, auch unter etwas schwierigen Lichtverhältnissen. Das ist natürlich gerade optimal. Aber das wie gesagt im Full HD Modus. Vom Zoom her ist es auch genial. Einmal einen 20-fach Zoom hat diese Kamera, einen 20-fach optischen Zoom und 40-fach intelligenten Zoom. Hinzu, gepaart mit einem 1500-fach digitalen Zoom. Und bei dem würde ich gar nicht bewerten. Mir geht es hauptsächlich um 20-fach optisch und wie gesagt 40-fach intelligent. Weil das ist der hochwertigste Zoom überhaupt, der möglich ist. Und damit ihr das Ganze halt eben auch vernünftig auch handeln könnt, hat Panasonic dieser Kamera einen 5-Achsen-Bildschirmleiter mitgegeben. Ihr könnt also wirklich vernünftig filmen, egal ob es irgendwie vom Boot ist oder Bus oder Auto oder sonst irgendwas in Richtung. Alle kleinen Verwackler gleicht diese Kamera aus. Und das sogar mit Level-Shot. Level-Shot bedeutet, Ihr müsst euch einen künstlichen Horizont vorstellen. Und wenn ihr keine Verwackler habt, dann werden diese kleinen Verwackler ausgewickelt, sodass ihr immer ein schön graues Bild habt. Und es funktioniert wirklich prächtig. Also wirklich, der beste Bildschirmwörter, den Panasonic hat, der ist auch hier drin. Ja, dann habt ihr auch die Möglichkeit, nachträglich sogar diese Bilder zu bearbeiten. Und an Bedenken, dann wird das ganze Bild gewandelt, auch ein 4K-Bild, in ein Full-HD-Bild. Ja, ein Mikrofoneingang ist hier auch vorhanden. Wer also mit dem 5.1 Dolby Surround-Ton nicht zufrieden ist, kann halt ein externes Mikrofon anschließen, um optimale Sprache oder Tonqualität eben auch zu erreichen. Und auch gägig, diese Kamera ist eine Wireless-Multikamera, so nennt sich das bei Panasonic. Das bedeutet, Ihr könnt bis zu 3 Smartphones connecten mit der Kamera und habt dann die Möglichkeit, zwei zusätzliche kleine Bilder ins Haufen-Motiv mit einzufügen. Und das heißt, Ihr habt eine Aufnahme aus 3 verschiedene Perspektiven und das an sich auch sehr einfach gemacht. Und zum Schluss, ja, dem wundert es, Ihr könnt natürlich auch eine Panasonic-Image-App euch unterladen. Und ihr habt die Möglichkeit, damit diese Kamera einfach komplett zu steuern. Start, Stopp, Zoom, alles möglich. Also diese Kamera ist wirklich fantastisch. Wird gut ausgestattet, auch noch schön handlich. Und jetzt zeige ich euch nochmal einmal ganz kurz, was halt eben im Zubehör mit dabei ist. Ihr habt dazu einige Teile erfahren von der Kamera. Wenn Ihr Lust habt, meldet uns an unter shop at thomas-elektronik.de Oder funkt einfach durch, lasst Euch unvermündig beraten. Ihr bekommt eine vernünftige Beratung in seinem Fahrtgeschäft unter 040 4100 4540. Wie gesagt, Euer Online-Fachhändler Firma Thomas Elektronik aus der Weltstadt Hamburg. Also, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Moin Moin. Ciao, ciao. Moin Moin.